Ich bin seit 20 Jahren mit Musik in Verbindung, ob durch meinen ersten Schlagzeugunterricht, meine erste Teenie-Band oder meine ersten eigenen Songs mit 15. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich verstehe, dass Musik in der Lage ist, Erinnerungen und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017